Weil er ihre Termine im Salon und in ihrem Zweit-H-Studio besser anteilen kann, hat Andreas Wendt beim Arbeitsamt drei mögliche Jobkandidaten angefordert. Also, ich habe viel Berufs-Erfahrung, ich habe... Okay, das eigene Styling beim Vorstellungsgespräch, das ist so wie der Händeberuf, der sagt auch... Wie bei allen kreativen Berufen gibt nur eine Arbeitsprobe Aufschluss darüber, was die Bedarfer handwerklich wirklich drauf haben. Der Musteraktion überlegt, sie sitzt jetzt als Kunde in Dorf. Und ich würde sagen, sie fangen einfach an... ... und ihrem handwerklichen Know-how. Der Profi hat seine Favoritin, Claudia auch? Ich hoffe nicht, dass wir uns nicht sehen, wenn wir mit allen Deutsch sind, weil ich werde jetzt nicht angehen. Müsst ihr doch noch ein bisschen schlafen, dann ist das Ganze beim Fernsehen. Platz. We love! Steilyすごい. Die neue Glossy-Hannis-Kollektion von Kastin Krem-Gloss. Die erste Koloration ohne Ammoniak-Mittel. Kaffee royal Kastsie-Honig Reflexe in leuchtendem Braum und Doesn Glossy Glossy, Glossy-Kastin-Karnis. Karstin Krem-Gloss-Kastin-Hanis. Kotanien-Ar夠-Kastien unfühlten Honig. Bei mir ... Ich war noch nie getrunken. Sollen wir wohl hingehen, wo es ein bisschen ruhiger ist? Eine Party wird erst erworben, wie niemand mit Gänzen überschreitet. Am besten mit den Westenfreunden. Samstag Nachmittag, mit Sossed Girl 902. Schau mal, gleich, Vorsicht. Bleib. Heute geht es hier mit Herrn und mit Hilfe von Profis. Um den Laden auf, Neuzeit zu trimmen und bekannter zu machen, schreit zwar für Andreas Wendt zu ungewöhnlichen Darbemaßnahmen. Ob das mein Buch ist. Denn schon am nächsten Abend soll die große neue Öffnung stattfinden. Das ist nicht mehr überlegt, aber wir müssen eine coole Aktion machen, dass der Salon wieder richtig wohnt, dass Kunden ohne Ende kommen. Wir helfen uns natürlich sehr gerne, nicht ganz besonders. Vielleicht kannst du auch mal vorbeischauen. Ja, legen wir los. Wenn ihr möchtet, kommt einfach rum. Ja. Okay, dann geht's los. Ich bin total nervös. Weißt du, zumal ich glaube, bei 100 ist es jetzt momentan. Das Herz, das Rad, das Teuch der Hände ist gerade. Ich weiß nicht, ob ich das gleich noch nicht überlebe, ja. Ich habe den Druck. Ich habe es vorhin schon mal angekündigt. Andreas Wendt... Lass es jetzt. Ja, ich bin im Moment als TV-Coach in Kassel im Salon Herr Kreativ von der Claudia...